Grüßt euch Leute und Willkommen bei der fünften Folge von Lorente Goes Bad. Das neue Upgrade ist Kono Plyanka, geiler Name. Der hat richtig nice Stats, 92 Pace, 1,76 ist er groß, dabei noch 84 Dribbling, 80 passen. Passt einfach perfekt in unseren Sturm und hat dazu noch einen guten Link zu Lorente. Und ich dachte mir, wenn wir in Richtung Hybrid gehen wollen, passt das einfach perfekt. Gewünscht wurde das vom Hendrik Hartmann und zugestimmt wurde da auch noch vom FIFA Pro Gamer, der das letzte Upgrade oder den letzten Gast schon vorgeschlagen hat. Genau, also schreibt auch jetzt schon wieder in die Kommentare, wer als Upgrade und wer als Gast dabei sein soll. Ich habe jetzt keinen Gast aus den Kommentaren genommen, weil ich mir dachte, den Lacassette, den ich für 6100 Münzen gekauft habe, der ist heute einfach mal dabei. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ist es in der Beschreibung verlinkt. Der wird dann auf den rechten Flügel eingewechselt und ich würde sagen, wir starten gleich mal ins erste Spiel und hoffen, dass Lorente mal wieder einen Headtrick schafft, wie in Folge 4. So, wir haben den ersten Gegner gefunden, er hat ein ähnlich schrottiges Team wie wir. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen außer Henderson in seinem Team, der ZOM. Ansonsten, ja, schlechtes Team wie wir. Die Chancen sind also ähnlich. So, ich würde sagen, es ist jetzt mal Zeit, Lacassette einzuwechseln auf den rechten Flügel und dann geht es sofort weiter. So, da ist er schon, Lacassette. Jetzt hier mit einem Doppelpass mit Lorente oder auch nicht. Komm jetzt, Lorente, setz dich durch, schieß drauf und war schon mal ein guter Schuss zu Anfang, hier in der 6. Minute. Jetzt gleich mal oben reingeschickt auf den Kono Priyanka, sein Pace da schon mal nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier die Linie runter, komm, genau so. Und jetzt eine Flanke auf Lorente. Lorente steht standbereit und dann macht der Gast Lacassette das Tor, weil er sich gut positioniert hat. Jetzt kommt Lorente und der macht, umarmt euch irgendwas, macht hier was zusammen. Geil, 1-0 auf jeden Fall schon mal. Lorente hätte fast mit dem Kopf drankommen können, wäre der Keeper nicht da gewesen, aber da macht Lacassette das Tor. Bin ich auch mit zufrieden und dann geht es weiter. Komm jetzt, Kono, Plü, Anka. Bring eine schöne Flanke auf. Lorente, Lorente, ein Tor zum nächsten Upgrade. Dream Team, danke Hendrik für den Hinweis auf Kono, Plü, Anka. Ja, den kannte man ja in FIFA 15 noch gar nicht. Jetzt bringt er eine geile Flanke auf Lorente. Die Versprecher sind mir dabei, scheißegal. Ein Tor zum nächsten Upgrade. Perfekt. So, jetzt komm Lacassette, du bist schneller als die Welt. Du gehst, boah, haben wir den Platt gemacht hier. Boah, schaut euch das an. Reingeschickt auf den. Quergelegt auf Lorente. Lorente mit dem nächsten Upgrade. Wie geil ist das denn? Richtig schön gemacht. Erst mit Lacassette, dem Gast heute, den Gegner. Ihr habt ja richtig fertig geskillt, schön quergelegt, sweaty Goal. In echt mach ich natürlich sowas gar nicht, ne? Nein, mei nicht. Aber wenn Fernando Lorente das Tor schließen soll, mach ich das liebend gern. Nächstes Upgrade ist drin. Ab in die Kommentare damit. Mega nice, schon mal zwei Tore hier vor der Halbzeit. Komm, jetzt setz dich durch, Lorente. Schieß drauf. Hui. Schade, schade, schade. Komm, Lorente. Ballrolle und... Boah, das war nicht schlecht. War nicht schlecht, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Jetzt geht es immer noch weiter hier. Auflackerset auf. So, jetzt Lorente nochmal. Dreh ab nach hinten. Der wird im Elfmeterraum umgeflatscht und... Der Gegner wird wahrscheinlich abbrechen. Dann wäre es eine kurze Folge, wäre schade. Okay, der Gegner bricht ab, aber Lorente hat einfach zu viel rasiert. Schaut euch das an. Zwei Tore für Lorente. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, jetzt noch ein Spiel zu starten. Würde sich nicht so lohnen. Also würde sich, na klar, lohnen, um Tore zu schießen, ne? Ne, aber die Halbzeit ist jetzt schon angebrochen. Lorente hat genug Tore gemacht für die Episode, hätte er kein Tor gemacht. Wäre natürlich noch ein Spiel drangekommen. Das nächste Upgrade ist erspielt. Es kann nicht erfolgreicher laufen als dieses Spiel, deswegen kommt kein zweites Spiel. Schreibt auf jeden Fall den nächsten Gast. Und das nächste Upgrade in die Kommentare. Mega nice einfach. Ich würde mal wieder sagen, 30 Likes für die Folge. Für die Rasur pur heute mit Lackerset werden drin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.